Wasser ist ein wertvolles Gut. Die Nachfrage nach Wasser steigt weltweit weiterhin signifikant an. Nach dem Gebrauch wird es aber oft als Last empfunden, eine Unannehmlichkeit, die man loswerden will. Aber die Abwasseraufbereitung wechselt derzeit von Behandlung und Entsorgung zu Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung der Ressource. Mit dem Non-Stop-Cleaning-System bemüht sich Comac, das bei der Bodenreinigung verwendete Wasser mit Hilfe eines an der Maschine installierten Filtrationsprozesses wiederzuverwenden. Es scheint eine normale Scheuersaugmaschine zu sein, aber der Schein trügt. Das schmutzige Wasser gelangt in den Schmutzwassertank und durchläuft die erste Filtrationsstufe. Der Korbfilter fängt gröbsten Schmutz auf. Das Wasser wird zum Klärtank befördert, wo ein Anti-Öl-Filter am Eingang eventuelle Öle und Fette auffängt. Der unausweichliche Weg führt durch einen Koaleszenzfilter, der den Abscheideprozess der schweren Partikel beschleunigt. Das Wasser gelangt dann in den Klärraum, wo eine weitere Schmutzabscheidung durch Schwerkraft stattfindet. An dieser Stelle steigt der Wasserspiegel bis zur Öffnung an, die in den Filterraum führt. Es besteht die Wahl zwischen dem NSC-Basissystem, mit dem sich die Reichweite durch ein einfaches Recycling der Reinigungslösung erhöhen lässt. Und der Premium-Version, die mit einer tiefen Filtrationsstufe ausgestattet ist, wodurch fünf Tage lang mit klarem Wasser gearbeitet werden kann. Dabei handelt es sich um eine tiefen Mikrofiltration zum Entfernen der schwebenden Feststoffe aus dem Wasser durch spezielle Membrankartuschen. NSC Premium kann eine sehr hohe Qualität der gefilterten Lösung gewährleisten. Damit können nämlich schwebende Feststoffe, Bakterien und sogar einige Viren gefiltert werden, ohne die Effizienz der Chemikalien zu beeinträchtigen. Das Wasser gelangt gefiltert zum letzten Tank, bereit für die Wiederverwendung. Während des normalen Arbeitszykluses bewirkt der Filtrationsprozess die Ablagerung von Unreinheiten auf den Filtern. Die Premium-Version ist mit Membranfiltern und einem automatischen Reinigungssystem für diese Filter ausgestattet, damit die hohe Filtrationsleistung während des normalen Betriebszykluses beibehalten wird, ohne dass der Bediener in irgendeiner Weise eingreifen muss. Am Ende des Arbeitstages muss der Korbfilter entleert und das System mit reinem Wasser befüllt werden, um das vom Boden aufgesaugte zu ergänzen. Fünf Tage nach dem Gebrauch von NSC Premium muss die Lösung gewechselt werden. Das heißt, das System muss komplett entleert und dann wieder mit Wasser und Reinigungsmittel befüllt werden. Das ist das Non-Stop-Cleaning-System. Die beste Lösung für die Wiederverwendung des Wassers direkt an der Scheuersaugmaschine. Durch die Verwendung derselben Lösung, fünf Tage hindurch, können Sie 80% Wasser, 90% Chemikalien und 85% Zeit bei den Pit-Stops sparen. Bei einer geschätzten jährlichen Einsparung von bis zu 13.000 Euro. All dies unter Schonung der Umwelt, ohne auf hochwertige Reinigungsarbeiten verzichten zu müssen. Stop Waste. Non-Stop Cleaning. Hashtag Comac for Water.